Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer Spezialausgabe von exklusiv dem Star-Magazin. Wir präsentieren Ihnen heute einen der größten Hollywood-Helden. Schön, dass Sie zuschauen. Ich bin Frauke Ludowig. Vom kleinen Jungen aus ganz einfachen Verhältnissen zum begehrten, umschwärmten und millionenschweren Weltstar. So oder so ähnlich liest sich die Erfolgsgeschichte von Kevin Costner. Kurz bevor ich Kevin Costner traf, habe ich mir überlegt, wie mag der wohl sein? Und als ich dann mit ihm zusammensaß, da war mir sehr schnell klar, dass der Star eigentlich ganz normal geblieben ist, dass er seinen Ursprung nicht vergessen hat. Und eines darf ich natürlich an dieser Stelle nicht vergessen zu erwähnen, es ist das Lächeln. Er hat ja etwas, dieser Mann. Und ich bin mir sicher, es ist sein jungenhaftes und verdammt entwaffnendes Lächeln. Kevin Costner, ganz privat, wir zeigen Ihnen die andere Seite des Filmstars. Waterworld, das Mammutwerk, kommt am Donnerstag auch in unsere Kinos. Für Costner die Stunde der Wahrheit. Ein Star zum Anfassen, so präsentierte sich Kevin Costner mir. Ein Star ohne Star-Allüren, dafür charmant und unkompliziert. Das war exklusiv das Star-Magazin. Wir präsentierten Ihnen einen der größten Hollywood-Stars aller Zeiten, Kevin Costner. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Einen schönen Abend noch und tschüss.